Herzlich Willkommen zu einer weiteren Beat the Score Challenge und diesmal ein bisschen Trick-Ski von She or Die. So, ich habe drei Versuche, der beste zählt, wir fangen an. Was ist, na komm. Das war nix. Ja, Riesenscore. 6.0. Na, der ist schon mal höher. Dann kann ich schon mal ein bisschen variieren. So, der ist auch gestanden. Aber auch nicht wesentlich besser. 14.4. So. Boah, der geht ja bis in den Himmel hinein. Ach, naja, immer in der Weste. Auch nicht ruhmreich, aber was soll man machen? Oh, ich habe schon mal die ersten gehört, die jubeln. Das freut mich. 23.9 ist die Score, die ihr schlagen müsst. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.